Einen schönen guten Tag, mein Name ist SolidShack99 und ich zeige euch Warframe, diesmal die Quest, äh, Katniss Haros und, ja, die werde ich heute mal zeigen. Ja, äh, ich spiele diesmal halt, äh, bevor ich hier die Quest anfange, sag ich mal, äh, mit was ich diesmal hier, äh, äh, gehe, halt, äh, mit welcher Ausschattung, einmal meine Sarin, halt, ich stehe einfach auf Gift halt, und ich finde, das ist auch wirklich eine der besten Warframes, die es überhaupt gibt, bei Warframe, dann halt meine Tigris, die auf 100% Status getrimmt ist, einmal meine, äh, ja, Akalex halt, ja, Pistolen, äh, das sind halt einfach die besten Pistolen, finde ich, halt schießen, äh, schießen auch gerne dicke Löcher. Und einmal mein Nikana Prime, was ich auf Virus, äh, getrimmt habe, sprich, sobald der Virus-Effekt eintrifft, dann, äh, ist das nur halbierte Gesundheit. So, und als Unterstützung habe ich halt meinen Helios Prime dabei, ist halt, das Ding ist komplett nur auf unterstützt, äh, getrimmt halt, keinen aktiven Waffen oder so dabei. So, dann fange ich mal mit der Quest mal an. Einmal hier aussuchen, Katniss Haros. So, eine seltsame Übertragung führt in die dunklen Tiefen des Red Veils, mal jetzt, äh, mal jetzt zum, äh, welches Übel werden erscheinen und was haben sie vor? Belohnung, äh, unvollständig, also Harro-Blau-Power, so, okay. Receiving an all-call on our Syndicate-Frequency. It's a Red Veil in Code, but it seems truncated. I will play back what I have. Rap-Tap-Tap. Speak to us. We're listening. What is your name? Hmm... Rell... Good. You remember. We want to help you, Rell. Tell us where you are. Hmm... Can't. He's listening. Who, Rell? Who is listening? Rap-Tap-Tap. Rap-Tap-Tap! Sorry, Operator. The message appears... Haunted. Haunted. It originated from a steel meridian ship near Earth. Will you investigate? I hope not. Okay, die Nachricht stimmt schon auf einiges ein hier. So, untersucht die Nachricht. Ja, das werde ich mal machen. Äh... Auf der Erde findet das statt. Okay. Dann werde ich mal die Nachricht mal untersuchen. Äh... So, dann bin ich mal gespannt, was mich dort erwartet. So, untersuche die Nachricht. Ja, okay. Fraktion Red Rail und Quest... Ja. Emergency power. Not detecting any crew. I don't like this. Search the area. Ähm... Schauen wir mal, was hier so... Äh... Ab geht hier. Ich gucke mal noch ein bisschen drumrum noch. Hier ist nix. Ich gucke noch ein bisschen auch Kram noch mit. Na, was haben wir da hinten noch? Na, hier ist nix. Hier unten geht's lang. Okay. Das sieht aber echt verlassen hier aus. Okay. So, hier ist irgendwas in der Nähe. Okay. Hier sind... Tote. Tote, äh... Graniere. Oder Steam Meridians. So, dann untersuche ich mal weiter. So. Okay. Okay, dann suchen wir mal nach Verbündeten. Das sieht nach das Red Veil Logo hier aus. Die haben wir auch gut hinbekommen, halt mit Blut. Nicht schlecht. So, hier ist nix zu finden. Wollen wir mal schauen. Okay. Da komme ich auch nicht hoch. Dann nehme ich da die Treppen. Tenno, I lost you for a second. What did you see? Oh, der Kind des Armin. Please help. I served the Veil. The Valk has been treated mad. I humbly beg for the protection of you and your vessel. I'm marking the area. Stay alert. So, ja, du hast ihn vertrieben. Wem oder was habe ich vertrieben? So. Oh, wo kommst du denn her? Okay, glaube ich werde da nicht mehr so wirklich viel durchsuchen. Das ist ein Fanatiker, okay. Warte mal, kann ich die scannen? Okay, die Red Veil Fraktion ist hier in Chaos geraten. Halt. So, wie ich es dich anhöre. Na, komm mal her. Und jetzt muss ich das wahrscheinlich wieder gerade biegen. So. 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 Das ist aber ein ganz zweites Stück zum Laufen. Hm. Und keine Gegner mehr dazwischen? Oh, ich ahne was Böses. Oh, holy child. Okay. Ich bin ein großer Wunsch. Was ist das, Rook? Sind sie zurück? Okay. Jetzt muss ich Paladino beschützen. Vor... 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 Vor den Zombies oder Geister, was dort sind. Oder halt Besessene. Ich würde... Äh, ja, Besessene würde es besser fassen. Ich hole mir mal eben mal mit dem Fokus da hinten. Dann sind noch einen neuen Köder hingesetzt. So. Alles klar. Mal eben den Alarm hier... Deaktivieren. So. Dann begleite ich dich mal eben raus. Paladino. Und dann ist hier gar nichts los. Das gefällt mir gar nicht. Wo mir nichts los ist. Okay, da ist auch der Ausgang. Hm. Netter Einstieg, sag ich mal so. So, dann mal schauen. Äh, trefft Paladino in den Eisenwacht. Okay, dann fliege ich jetzt hier in der Eisenwacht. Das ist halt diese Stimeridium-Basis. Okay. So. Ach ja, stimmt. Äh, mit einem Update haben die auch die, äh, Erde halt komplett überarbeitet hat. Dann bin ich auch mal gespannt, was die da so optisch dort überarbeitet haben. So. Mhm. Okay, dann gucke ich mal. Aber ich möchte mir mal das mal alles mal genau mal angucken, hier. Äh, sieht schon echt cool aus mit dieser ganzen Vegetation hier. So. Okay. Kanal-Schacht. Geh ich mal eh mal durch den Kanal. So, dann bin ich mal gespannt. Das sind sämtliche Steam-Meridians da. Ach, welche am Kaffee trinken. Ja, sonst ist ja nix. Noch ist da nix so besonderes dabei. Hier läuft seine Patrouille. Ja, gehe ich mal da mal rein. Oh. Oh. Drücke RB mit, äh, aktiviere Ability 4 um. Aha. Achso. Hush, Rook. This is our sacred guest. I am Palladino. Holy Speaker of the Veil. Like my mother and hers before. We speak to the other side. To him. Without his focus, I pray. I pray he answers. Righteous realm. Of herald stars. Of hallowed chains. Speak. For an age you've guarded the divide between dust and void. Speak. From within your everlasting sacred vessel. You've held the litless eye. Speak. I cannot reach Holy Rel from here. I will need his sacred focus. A relic stolen from the temple. I beg of you to find it and return it here. Only then will he speak to us. Only then will we truly understand. Na gut, äh, so wie ich es erfahren habe, ist Palladino. Vail rituals will incite Fanaticism, but don't be drawn in. I'm not convinced this rel even exists. I feel we'll have to play Palladinos game to find out. Ordus has been tracking Red Veil disturbances. That's the best place to start. Ja, okay, äh, Palladino ist so eine Art, ja, äh, es ist Wahrsagerin oder so eine Art Priesterin, würde ich mal sagen, von den Red Veils, so wie sich das angehört hat. Und jetzt muss ich für sie hier praktisch ein Relikt besorgen, von, äh, Red Veils. Okay. Warte mal, ich suche hier noch jemanden noch. Genau. Ah, das ist ja geil. Kann ich beim Syndikat direkt noch einkaufen? Ja, aber ich suche jemanden anders halt. Äh, wo haben die sich hier Klemm versteckt? Oder gibt's denn überhaupt, äh, Haupt hier? Ich meine, ich hätte, äh, mal bei so einem Entwickler-Streamer gesehen, dass da irgendwo der Klemmo noch irgendwo steht. Ach, ist auch egal. Dann mache ich dann da weiter, äh, dann mache ich jetzt da weiter. Mit der Quest. Äh, okay. So, dann zurück zum Shift. Operator, a Red Veil seance. How delightful. I have marked a possible Red Veil-Disturbance, but perhaps you would prefer to... Bruh, bruise some leaves and it. Sorry. Navigation is bleeding, Operator. Äh, waiting. Navigation is waiting. Oh my. So, okay, dann mal schauen, wo muss ich hin? Pluto, okay. Einmal Pluto und dann, äh... Was? Achso, nee, in die kann nicht. Achso. Ich finde, äh, äh, Reels ist richtig. Das mache ich dann mal eben. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was mich dort erwartet. Das ist ein... Find Reels' object of focus, child. You are close to this sacred relic. Okay, dann lass uns mal das Scorposchiff mal erkunden. Nehme ich noch ein bisschen was mit an Kleinigkeiten. Okay, jetzt muss ich hier wieder suchen. So, auch ziemlich leer alles. Oh. Oh. I don't understand. How would Reels know about the dream? Great sentient queen, forgive me. But what you are, what you've made of yourself, is merely drawn from the dreams of these divine children. You are not she. You are not she. You are not Margalis. What are you saying? That Reels is a Tenno? Impossible. All Tenno are known to me. I protect them, as she did. Oh, but not real. Oh, but not real. Oh, but not real. Margalis cast him out, for he was different. Our foremothers took him in and studied his teachings. We became the veil, the shroud of his blessed existence. Cast out. I don't believe you. Ratatatat. The man in the wall. The man in the wall. That is what he called it. Hush. Try to follow his voice. Okay. Okay. Schon echt unheimlich hier. Okay, da ist dieses Gespenst wieder. Oder besser gesagt Rael. Ich weiß es nicht so ganz. Okay. Einen großen Raum wieder. Okay, da folge ich dem mal weiter. Die Stimmen werden immer lauter. Das habe ich jetzt schon. Okay, das hat eine... Huh? The Tanta, his mother gave him this. Holy Rael was not like other children. Sound, color, touch. It overwhelmed him. The Tanta's home let him focus. Okay. Also nehme ich mal den Tanta mal auf. No. No. Rap, tap, tap. Rap, tap, tap. Whoa. Oh. Rap, what evil is this? Sacred child. Forgive me. I should have known the way to... It would one day crush the light for me. Oh so. Ist schon echt cool gemacht hier. Man sieht nur die Augen. Okay, ich hau ab. Ich hau ab. Machst du. Das big. Oh. Hahaha. So. Und tschüss. Oh. Okay. 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 aber schon mal nicht schlecht so geh ich nach Eisenbach zurück was war das Ding? Lotus, kannst du das erklären? Lotus? Transparenz Energie. Fractured. Es war so kalt. Indifferent. Inhumane. Wenn Rel war Tenno, was wurde er mit Outmargulis? Ja, dann kehre ich mal zu Eisenbach zurück. Einmal auf die Erde wieder. So, alles klar. So, dann bin ich mal gespannt, was die gute Dame gleich erzählen wird. Über den Rail. So. So. Lass deinen Vessel an der Tür, schlusser Kind. Komm. Okay, die Katze lässt mich nicht durch. Nicht schlecht. So. 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 Für aid! Er ist hier. Der Dada. Es funktioniert. Er gibt ihm Humanität. Wir hören uns, Rell. Sprich! Shine? Nein, probier es wieder. Dieser? Oh. Ein Kartenspiel, okay. Äh, verwirrt, krank, wütend, traurig. Ich würde mal traurig mal tippen. Sehr gut. Und dieser? Ne, müde, verlegen, überrascht, schüchtern. Ich denke mal, verlegen wird, dass sie hier ihr bestes Beispiel sein. Gut, Rell. Und wie geht das hier? Mama? Ja, Rell. Mama! Go ahead, Rell. Gummeltisch, nervös, begeistert. Äh... Ich denke mal, nervös, begeistert, dann hüpft sie so total lustig herum. Gummig. Gummeltisch. 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 Äh, ich denke so. Du bist besser mit dem Sachen, aber es ist unglaublich, nicht wahr? Verwirrt, stolz, ängstlich, hungrig. Ich denke mal, verwirrt würde eher passen, oder? Oder ängstlich? Rechne mal ängstlich. Okay, dann verwirrt. Warum nicht sie mich fixen? Well, du wirst wissen, warum. Okay, das ist mehr so, äh, krummig. Rel, warum? Hmm, weil ich nicht gebrochen bin. Das ist richtig, anders. Also, ich liebe dich noch mehr. Was haben wir jetzt? Ah, ja, ich bin glücklich. Ja, Rel, du machst mich so gut. Okay, dann kehre ich mal zu meinem Raumschiff zurück. Ja, ich meine aber, hier würde irgendwo der Klemm irgendwo rumtouren. Ah, komm. Jetzt schaue ich hier nochmal mich einmal hier um. Aber anscheinend ist er doch nicht da. Vielleicht hier hinten irgendwo? Nö, macht nix. So, dann zurück zu meinem Raumschiff. Okay. 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 Doh, doh. Ich würde sie beobachten und sie zurückbekommen. Operator, Samaris kann ein Werkzeug für diese Aufgabe haben. Ich frage mich, ob seine kinetischen Siphons können, um diese Manifestationen zu beobachten. Mal schauen, Glyphen. Na, wo sind die denn? Ich habe die doch irgendwo. Das ist Scanner. Genau. Das sind die genetischen Fallen. So. Dann fange ich mal gleich den Rell mal ein. Orochim Wrack. Okay. Ab und Wrack mit mir. So. Äh, ach da. Dann werde ich mal gleich meinen Geist einfangen. So. So. Dann fange ich mal die Manifestation von Rell ein. So. 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 Dann fange ich mal weiter. Oh, klar. Durchsuchen werde ich jetzt hier gar nichts. Ah. Stimmt. Typischer Wrack. hoch. So. 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 Kommt, der hat mich so schön angelächelt, dieser Schrank. Zack. Okay, dann geht's hier unten lang. Dann einmal hier rein. Oh, das ist ein Schrank. Das macht mich... Ich schrecklich. Da, eine Emotion, die aus dem Spiel, die Rell spielt als Kind. Verste, ob du es stabilisieren kannst mit einem Kinetic-Siphon. So, geblendet. Sie hat eben verstoßen. Aber wahrscheinlich kommen die hier auf dauerhaft. Dann kann ich direkt auch das Nikaner zücken. So. Dann weiter geht's. Wo ist der? Wo ist der denn? ... ich habe noch so viele fallen okay okay der ist doch viel zu stark die fall angry someone takes the thing you love i'm detecting other manifestations defend yourself and try to trap them okay da ist der unkaputtbare geist ist aber richtig fies gemacht so 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 happy mama has a stretchy smile oh mein helix ist tot jetzt mal eben schnell verkriechen der geist ist echt eine plage kann man sagen mir aus dem weg so so wo ist der denn web man man station is fighting the siphon see if you can damage it board guiding too much there's nothing fun to look at boy you've captured the manifestations here ich schau doch mal eben ab hier das ist der geist ist nicht lustig halt oder ist er schon wieder und ich sag mal tschüss zu zurell ja ich geh jetzt bis jetzt gefällt mir diese kleine horror story ja was man so nennen kann so gut geschrieben halt okay schon wieder muss ich empfangen ach auf uranus diesmal okay dann auf uranus eben ist jetzt ein kleines versteck spiel oder was ja so dann ja dann würde ich mal dort mal den Restlichten ich weiß nicht, ob du kannst Rell wiederholen aber was du machst, diese Verkaufung wird stärker Resistiert dich nicht zu lassen, bring Rell home zum Tempel ist das wo Rell ist? hat der Feil ihn in Kryosleep als die anderen Tenno waren auf Lua? nein wir hatten keine Option ok ja dann geht es mal weiter auf Geisterjagd würde ich sagen mit Redwild Fanatikern plus plus keine Ahnung was da noch alles noch mit dabei ist also diese Gespensterwesen oh sogar Redwild Agenten ist ja alles mögliche dabei, interessant so ist da unten noch? achso oh ne die Geister fallen einfach nicht zu tot nicht um oh komm her komm her komm her komm her komm her ich habe ich das richtig gesehen ach der gespätzer real ist auch da nämlich mal ganz schnell mal die beine in der hand der geist wird auch immer stärker habe ich das gefühl da jetzt kann auf einmal eine art flächendeckende attacke machen weil letztes mal war es nicht so jetzt mal schnell mal weiter erst mehr so einfach nur hau ab irgendwie und fangen ihn bei den typen ein prinzip da ist schon wieder wussten das mit mir die manifestation ist fighting the siphon see if you can damage it ten oh you need to capture it so jetzt bin ich auch fertig hier jetzt mal ganz schnell die beine in die hand nehmen so 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 ok die fallen habe ich ja schon habe ich noch an ungefähr über 80 stück so und jetzt auf die erde bin ich mal um hat von rolls halt seine emotionen einzufangen ja dann machen wir das mal auf geht's zur dritten runde würde ich mal sagen aber wie also schön alle guten linge sind drei man macht dreimal dasselbe um weiter zu kommen so so So. To the Undying Vessel. His Warframe. Yes. He commanded we chain it within the depths of the sacred temple. An eternal vigil against the indifference. And you believed him. You helped him do it. Yes. After everything you've seen. Wouldn't you? Okay. Die Red Rail Priesterin hat hier den Rail halt geholfen. Dass sie jetzt so... Ah. Ja. Dass sie wie in so ein Geist unterwegs ist. Oh. Sieht der da aber wunderbar aus. Haben die gut überarbeitet bekommen. So. 220 fokus nochmal eben eingesammelt. Ah. Unfäch. Und dann. Mal weg. So. So. Die. Die. Und da ist der. Ah, zu früh die Falle rausgehauen. Hey. Ah, lass mich in Ruhe. Ihr Geister. Ich will doch nur den einen Geist haben. Ah, da oben ist der. Oh, nochmal eins. Oh, nochmal eins. schnell mal weiter spurten es ist schon wieder so dann fahrt Ich bin so leid. Ich bin so leid. Du schraubst und schraubst. Bis dahin du nicht mehr schraubst. und dann ab zum ausgang mit mir alle guten dinge waren 3 das finde ich schon sehr witzig gemacht hat dreimal hier dasselbe spielchen machen so es ist ein karten der transferenz lüb für das land der psychologischen effekt kristin katastrophic ok dann betrete den tempel hört sich dann nach spaß an so und das ist okay dann bin ich halt meine wollte unterwegs ist doch schön dann betrete ich mal den tempel wo wir praktisch den roll halt finden werden so so Aber es ist mehr oder weniger am Wrack halt, okay. Mal schauen, das nehme ich noch eben noch mit. Ich dachte, er hat die normale, nein, das ist mehr dieses Wrack, okay. So, auch momentan alles ruhig, ach so, ja, ein paar Argon-Kristalle. Okay. Ja, das nehme ich noch nebenbei noch mit, die ganzen Sachen. Das ist mir alles zu verdächtig ruhig hier. Okay. Interessant. Ein brennender Baum. Sieht schon total interessant aus. Dann gehe ich da mal hier mal rein, oder? So. Echt? Okay, dann... Zack. Dann laufe ich jetzt nach dem Operator herum. Na gut, dann bin ich mal gespannt, was mich da so erwartet. Okay. Okay, zerstöre Haros Ketten. Dann sollten wir uns nachdem, was wirio. Ich glaube, das ist nicht Rell. You can't pet her that hard, fight. Are you okay, Rao? Wüten, aha, okay. Aber das ist jetzt aber interessant. Hm, was nehme ich denn jetzt? Äh, verlegen, wüten. Rechne mal. Wirklich? I won't let you take me from me. What have you done, Tyrell? Hm? No. Tenno, you need to save him from this. Destroy the chains. Hm? How dare you laugh at him? You should be ashamed of yourself. Don't look away, look at him. He's not invisible. Ja, was nehme ich denn halt? Begeistert, verlegen, stolz. Ich denke, weil ich nicht mehr stolz. Ich denke, dass ich nicht mehr stolz wollte. Rap, tap, tap. You'll let me in, little piggy. Oh. 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 Ach, komm. So. Ach, komm her. Nur Fanatiker. Na, zu weit weg. Ich denke, ich denke, ich denke, du solltest mit den anderen Kindern warten. until they fix the ship. I love you, but you have to go. Go. Hm. Wirst, ängstlich oder verwirrt? Ich denke mal, ängstlich würde besser passen. But the inn kids don't care about the invisible outs. If you were alone in that drift, you'd need a friend. I that. I will. I will. I will. I will. I will. You are. so kommt noch was da ist ja so hat er mich noch mal erwischt ah verdammt als ich keine Macht mehr gab guck mal her wo bist du denn das ist der letzte genau ach komm das ist jetzt aber verarsche so wo ist der denn jetzt da hinten so guck mal her was so ach da hat er mich doch noch im blitz bekommen so wo ist der jetzt schon wieder auf der anderen seite so Oh nek, oh nek. Ich werde... Sie werden, alle. Sie haben das alles. Wir alle machen. Ja. Ich bin so... Geh, Realm. Welcher? Diesen, Mama. Ich fühle mich... ...türen. Gut, Rell, du hast gelernt. Nun, warum nicht ein bisschen Rest haben? Okay. Okay. Okay, Mama. Okay. Boah, ich sag mal so, der Kampf war mit dem Operator alleine, war okay. War doch angenehm halt. Wenn ich mir bedenke, der Innere kriegt da das letzte Ding in der... ... oder die Prüfung, die waren schon etwas nervig. Oh, das war's schon. Äh, Ketten des Taros, okay. Eine seltsame Übertragung. Eine neue Alert hat begonnen. Es wird auf Navigation geschlossen. Äh, so. Ja. So. Das war's auch schon. Jetzt habe ich die Harro-Blau-Pause freigeschaltet. Perfekt. Ja. Und die Quest ist somit auch jetzt erledigt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte... Wäre noch so ein kleines... ... kleinen Epilog, oder... M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M... Ne? Ne? Warte mal... Ich gehe noch mal hinten gucken. Ich wollte eigentlich den Stream benden, aber... ...jetzt bin ich neugierig geworden. Operator? Ordius fragt mich, was du übernimmst? Okay. Okay. Nee. Jetzt bin ich halt neugierig geworden. Ach nee, da musste ich halt mit einem Infizierten da hin. Der jetzt diesen hässlichen Pickel hatte. Von dieser Nidusseuche. Aber... ...der war ja nicht schlecht. Habe ich jetzt auch noch die Eisenwacht noch freigeschaltet? Ach, die Eisenwacht ist auch noch da. Gut, äh, ja. Ja, okay, äh... Ja, hm. Ich war jetzt echt überrascht. Man dreht sich um, auf einmal plötzlich der Operator sitzt da. Nach dem Motto so, ja, weil ich's kann. Äh... 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 Okay, Operator kann ich auch normal bedienen und so. Naja. So, an sich, mein Fazit zu der kleinen Horror-Quest, sag ich mal so, war super gemacht halt. Und... Und... Ja, jetzt... Das wird mich doch ein bisschen hier hinterfragen halt. Naja, äh... Da würde ich mir mal schon irgendwann mal Gedanken mal darum machen. Warum hockte da mein Operator kurz drauf? Und dann weggeschwenkt und schon wieder, äh... Naja. Äh, vielleicht ist das so ein kleines Gimmick, äh, haben die jetzt eingebaut, dass da zwischendurch mal der Operator hier mal auftaucht. Aber egal. So, ich hoffe der Stream hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss!